so ich sag mal hallo und willkommen zurück bei cities skylines wir sind in schleswig und schauen auf eine stark beparkte straße so genau so ich habe gesehen da ist ein da stehen so ein bisschen mehr strommasten rum die brauchen eigentlich gar nicht mehr stehen das ist voll blödsinn kann man den abreißen kann man den kram hallo so weil das ist voll teneff da genauso voll blödsinn das lassen wir noch da kann eigentlich auch weg aber so können wir wissen es ein bisschen apropos bisschen was haben wir eigentlich noch geplant das mal aus wie sieht das überhaupt strommäßig mit uns aus so rausnehmen hier ich glaube strommäßig sind wir einigermaßen wasser ist auch im rahmen was mich ein bisschen stört wir müssen noch mal da was ist hier los zu wenig dienstleistung und da genau das gleiche also müssen wir da noch was tun und hier auch zu wenig dienstleistung ok es wird nach industrie und bürogebäuden gefragt wir brauchen pause und dann wollen wir hier unsere wassertürme mal verschieben ein bisschen weiter weg weil hier können sie gut stehen da hätten wir genauso gut wo kann sie denn noch gut stehen die industrie die bauen wir immer weiter aus immer mehr mehr immer mehr wir bauen die einfach hier hin zack wo ist der nächste verschieben zack nächster auf verschieben mal da aus dem aus dem industriegebiet herausnehmen ich weiß jetzt nicht ob das einfluss hat auf die so wasser verbinden rohrleitung und zwar so das haben wir verbunden strom ist da das läuft dann können wir unten erst mal diese geschichte weg reißen als ob wir da raus wie war das noch gleich so wenn man hier die stromleitung da wegnehmen und darin industrie die verlangen nach industrie und das wenn wir hier noch mal einbauen eine straße 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 was nehmen denn da feines da können wir auch eine ganz stück normale straße nehmen das hier anbauen ort ist bereits belegt was ist denn da was habe ich denn eingebaut ort ist bereits belegt was ist denn da belegt was das ach so das ist der parkplatz das ist unserer parkplatz können wir doch mal ein bisschen verschieben oder nicht so steht bei dem er drüben hin so dann können wir straßen wenn ich was machen und zwar einfach gerade straßen wollen ist gerade das ist doch in ordnung industrie industrie was machen wir denn da brauchen wir da ganz normale ganz normale industrien bürogebiete industrie machen wählen so das machen wir alles wunderbar an hier das können wir doch damit machen es gibt viel fixer so male man das muss mal wieder laufen mir genauso industrie wie auf ihr hoch zack da auch so industrie unser verkehr wird immer voller hier also müssen wir was tun autobahn mäßig was machen wir denn da gottes willen da ist ja richtig terror da oben warum stockt der verkehr da so dermaßen da läuft das doch richtig flüssig romano ich glaube wir nehmen die straße raus und mal auf verkehrsmäßig das läuft ja gar nicht das kommt ja alles zu da ohne ende vollpanne warum ist da da ist ja auch staune auf jeden fall müssen wir hier was machen das geht so gar nicht das funktioniert leider so überhaupt nicht diese straße wegnehmen wenn wir die wegnehmen ist eine andere straße voll belastet pass mal auf mal pause hier straßenmäßig können wir das hier verbessern und zwar was haben wir denn da für eine straße vier spurig ne was haben wir denn noch vier spurig mit dekorativem gras das ist industriegebiet brauchen nicht was habe ich da wieder einen parkplatz da ist ein parkplatz wieder drin dann läuft der ganze verkehr hier durch diese straße zack verbessern wir das mal hier ach so das ist ja wieder diese geschichte da mit dem so verbesserung nicht möglich pass mal auf so den verschieben wir mal kurz und zwar hier rüber so straßenmäßig zack verbessern zack so das fehlt uns natürlich da wenn wir das hier verbessern müssen wir eigentlich auch da rein müsste ich das auch noch mal verschieben 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 zack das müsste doch gehen oder nicht ja so das haben wir auch gemacht ob das besser wird weiß ich nicht wenn wir mal schauen so industriegebiete so da wieder ein bisschen rummalen so lassen wir das mal kurz laufen hier vielleicht können wir da vielleicht ich hoffe mal dass wir keinen fehler gemacht haben das wäre es noch das wäre es noch ein großes ding so das läuft es ist aber immer noch voll da oben warum ist das immer noch so und wenn wir jetzt die straße ist auch böse frequentiert da wo wollen die denn hin überhaupt das müssen wir mal schauen wo wollen die hin ok ich glaube das hier ist auch ein nadelwörr wenn wir das rausnehmen würden könnten überlegt 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 was machen wir da ja das ist auch ein bestier das ist ja auch panel industrie das ist alles industrie da die durchfahrstraße das ist panel wenn da gut die haben noch zu tun also zu tun aber das läuft hier wird auch gebaut wie groß nochmal das rausnehmen hier warum wird hier nicht gebaut habe ich das noch nicht doch habe ich so ähm irgendwie müssen wir sehen dass wir da den kreisverkehr besser hinkriegen wenn wir da die straße wegnehmen ich meine das ist in der einbahnstraße in der einweckende reine einbahnstraße da probt das zu wie sieht das hier oben aus müllmäßig 81% voll und die hier 69% voll das läuft auch was sagt er hier 88% voll das geht es brennt und die feuerwehr ist nicht zu sehen es brennt wo ist die feuerwehr 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 wie sieht das da mal aus feuerwehr doch müsste das abdecken wo ist die da kommt sie da kommt sie kommt sie noch rechtzeitig das ist die zweite frage tja so kurz mal wieder rausgehen so was ja verlassene gebäude klar was fehlt uns hier noch nachfrage nach gewerbe was haben wir denn hier ein gewerbe durch prinzipiertes gewerbegebiet ja können wir das hier nicht noch einbauen hier rein kriegen können wir das hier nicht noch einbauen na ist da nur ein Löschwagen oder was ist los ähm Freunde ihr sollt löschen ok abgebrannt die Bude oder was ne ist gut alles klar hat es noch geschafft so ähm das funktioniert hier unten auch ganz gut soweit da oben hat sich das entspannt ein bisschen ich glaube das werden wir aber immer noch wenn wir die ganze Zeit haben dass das da ein Problem gibt man 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 so dicht besiedeltes gewerbegebiet brauchen wir auch das wäre natürlich hier nicht schlecht wenn wir das hier hinten weiterführen genau das machen wir auch dicht besiedeltes wo ist das hier ne genau das machen wir hinten her soo machen wir das mal da schön an und hier auch runter genau das läuft das funktioniert haben wir da auch Wasser überhaupt das wäre natürlich eine tolle Sache Jupp Wasser ist auch da wir können unsere Busverbindung nochmal überarbeiten würde ich sagen und zwar bauen wir nochmal eine Busverbindung die dadurch läuft großartige Stadt alter Schwede drittes Darlehen na sehr klasse was haben wir hier Solarkraftwerk das einzigartige Gebäude was haben wir da Platz der Toten füllen sie drei Instanzen von Friedhöfen was haben wir noch gar nicht oder was füllen sie ok haben wir noch gar nicht so was haben wir da Industriegebiet mit 10.000 Quadratmeter gebaut wir haben nur 2,3 ok alles klar ihre Stadt hat was 500.000 Geld was haben wir denn auf dem 200 und etwas ok was haben wir denn jetzt hier gemacht ein Solarkraftwerk da wollen wir mal schauen wie groß das ist nein wie cool wo ist denn das Solarkraftwerk 160 Megawatt ok ok das gibt natürlich auch nicht Strom ne wenn wir das hier hinten setzen neben einer Straße platziert sein ok können wir das nicht hier oben hinsetzen da ist doch Gewerbe oder nicht so wenn wir das da hinsetzen dann haben wir erstmal ordentlich Saft gehe ich mal von aus zack Strom ist da und Wasser Abwasser Abwasser müssen wir was tun so machen wir noch eine Kläranlage dahin so zack da muss ich noch ein Rohr hinsetzen und zwar von da nach zack Rohr ist da so das haben wir auch sehr gut sehr gut sehr gut jetzt gut da wird gebaut wie irre das funktioniert auch wir machen ein Plus von 11,8 und das ist auch mal sehr schön schön zu sehen schön zu sehen gut dann müssen wir aber hier genau Busverkehr das wollte ich noch machen und zwar von hier fahren wir hier hin dann fahren wir da oben ist doch eigentlich gar nichts ne machen wir eine kleine eine kleine Tour dahin dahin und hier wieder zurück so das funktioniert auch dann müssen wir nochmal einen Busverkehr hier hinten haben und zwar wir starten von da hier rein und fahren wir hier hoch Quatsch Quatsch dahin kann man das hier irgendwie sehen dahin und wieder zurück zack noch eine Verbindung geschaffen also die Straße ist schon gut bedient hier sehe ich gerade ja doch die wird gut genutzt vielleicht sollte man die mal ein bisschen aufrüsten oder noch eine zweite hinzufügen das könnte man natürlich auch machen so so wenn wir die hier unten verlängern die Straße 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 welche haben wir denn da haben wir die hier ne ne stopp die wollen wir nicht machen wie wir das hier machen so jetzt mal auf kriegen wir das hin kriegen wir das hin so die ist zu steil ne so zack so dann möchte ich da ganz gerne da oben wieder hoch so und am besten da na sieht ein bisschen doof aus ne so gehen wir da rein und da rein zack das ist doch sehr gut das sieht doch gut aus so wassermäßig müssen wir hier noch bisschen was machen wassermäßig so halt stopp so bleiben wir in der Mitte von der Straße jetzt haben wir natürlich was bauen wir denn hier sag mal das ist jetzt doof gelaufen ja ja ok nee brauchen wir jetzt noch nicht da ist es gut aber wir müssen das hier nochmal verlängern so was haben wir da jetzt Feuerwehr wollte ich mal gucken Feuerwehr wo ist unsere da ist eine Feuerstation alles klar Feuerwehr läuft da krankenhausmäßig Krematorium Krematorium wo haben wir Krematorium Krematorium wir haben noch gar keins ok wenn ich das hier hinten nicht wo so wo baue ich denn sowas hin das müsste doch da ist ein Friedhof oder nicht da ist ein Friedhof können wir das hier nicht da können wir es hin bauen zack ein Krematorium die freuen sich alle na fantastisch die freuen sich über sowas finde ich ja gut dann müssen wir hier auch nochmal so eins hin bauen so zack so ihr seid auch glücklich was haben wir hier noch ein Krankenhaus ein Doktore wäre nicht schlecht so der kann auch alles bedienen hier unten zack dahin und Wohnviertel was haben wir jetzt da da ist dicht besiedelt was haben wir hier Bürogebiete uns fehlen noch dicht besiedelte Wohnungen auf die machen wir hier unten mit dran machen so und da wieder zurück zack so dann fehlt uns natürlich noch dicht besiedeltes Gewerbegebiet oder sollen wir gering besiedeltes Gewerbegebiet machen ne wir machen dicht besiedelt und zwar hier hinten her so da gehen wir da rum und machen das hier wunderbar an und hier drüben genauso aber nicht das ganze sondern hier oben auch noch ein bisschen so und dann noch ein paar Wohnungen da rein genau so wie ich mir das gedacht sehr schön mal sehen wie lange das gut geht ich bin mal gespannt so warum seid ihr da am Maulen wo ist das jetzt da zu wenig Dienstleistung was braucht ihr an Dienstleistung könnt ihr mir das mal sagen vier überqualifizierte Arbeiter also ich muss da ein paar Idioten dann haben so wie er da aussieht zu wenig Dienstleistung was heißt zu wenig Dienstleistung habt ihr da kein ne ist keine Busverbindung müsste ich denn was ist das halt stopp ist bestimmt voll genau voll leermachen so das ist noch zu 68% alles klar so unser Kreisverkehr der proppt sich hier voll und hier unten läuft das auch schon wieder nicht das ist doch kurios hm naja zu viele Kreuzungen nicht da ist zu viel gekreuzt aber wenn ich das hier wegnehme die Straße wegnehme denn wo ist denn dann das Problemchen ich glaub dann läuft das hm ich glaub der Kreisverkehr ich muss den da größer machen ich muss den Kreisverkehr größer machen und der Verkehr wir haben das Verkehrsproblem mal läuft es mal läuft es nicht das ist doch also nee ich weiß nicht ach Mensch ach Mensch warte mal ich wollte ja was schauen hier so wir müssen ja hier noch ein bisschen malen malen machen wir mal groß wir malen das hier nochmal an so das haben wir noch dazu Gewerbegebiet Gewerbegebiet das nehmen wir hier noch zu so das nehmen wir noch alles mit zack und da oben das auch gehört auch dazu dann haben wir hier ja ein neues genau so das muss ja auch noch ein bisschen gemalt werden so das gehört ja auch noch mit dazu so und Mittelhügel na gut dann heißt es Mittelhügel nehmen wir doch so wie es ist das ist doch in Ordnung wird da auch gebaut ja doch das das klappt das funktioniert aber das hier da ich denke mal wir müssen uns auch nochmal zusehen oder ich müsste mal zusehen dass wir da mal mit eine U-Bahn rankriegen U-Bahn wäre doch eine gute Nummer aber eine U-Bahn wo hast du denn das Zug Zugverkehr der wäre natürlich auch nicht schlecht aber eine U-Bahn wäre gut hm U-Bahn Station U-Bahn Tunnel kostet 100% also weißt weißt Freunde das ist was für die nächste Folge auf jeden Fall da werden wir uns eine U-Bahn anschaffen und versuchen ein bisschen den Verkehr ja Verkehr Herr zu werden dass die Leute mit der U-Bahn fahren das ist doch einfacher was ist denn hier los Müllwagen Konvoi na hier geht es rund hier geht es richtig rund wo fahren die denn hin was ist das hier Müllverbindungsanlage ich glaube wir bauen uns noch eine mehr wo haben wir den Müll da Müllverbindungsanlage kriegen wir die dazwischen gepflanzt ne gehen wir nicht so zack noch eine extra so das geht was dumm naja auf jeden Fall das ist für die nächste Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann lasst mir ein Like da schreibt mir was in die Kommentare ein Schiffchen wo bist du denn hin lost power ja schreibt mir was in die Kommentare lasst mir ein Like da und ihr wisst ja ich freue mich über jeden neuen Abonnenten ja wie gesagt in der nächsten Folge regeln wir das hier mal mit der U-Bahn damit wir hier unseren unser Verkehr ein bisschen von der Straße kriegen vielleicht klappt das ja bis dahin ciao ciao bis zum nächsten Mal